Was erwarten wir auf die in der Sparte Hörgeräte? Ja, also ich erwarte viele Interessenten, die sich für neueste, smarte und auch wegweisend vernetzte Hörgeräte interessieren. Genau das stelle ich zusammen mit dem Hörgerätehersteller GN, einem weltweit führenden Unternehmen vor aus Dänemark. Hörgeräte der Marke Resound, die sind insbesondere auch bekannt für wegweisende Vernetzung, Konnektivität. Wir haben vor zehn Jahren das erste Hörgerät made for iPhone vorgestellt. Und was wir in diesem Jahr insbesondere vorstellen werden, ist das kleinste Hörgerät mit Akku hinter dem Ohr. Ich trage das hier, man wird es gar nicht sehen, deshalb zeige ich es mal. Das ist dieses hier, das Resound Nexia. Das ist sehr gut geeignet, um in Situationen wie hier, wir sitzen hier am U-Damm auf einer sehr lauten Straße, immer noch sehr gut hören und Gesprächspartner verstehen zu können. Es hat einen sehr leistungsfähigen Akku und insbesondere hat es eine ganz neue Bluetooth-Vernetzung, nämlich Bluetooth LE Low Energy Audio mit AuraCast. Das ist sozusagen die neue Ära des vernetzten Hörens, nicht nur für Hörgeräteträger, sondern für alle Menschen, die Technik im Ohr haben. Das wird auch auf der IFA vorgestellt. Da gibt es von der Bluetooth SIG, das ist also die Organisation, die für die Entwicklung von Bluetooth zuständig ist, die AuraCast Experience. AuraCast ist ein neuer Standard, mit dem man im öffentlichen Raum, wo man an ganz vielen Orten, auf Bahnhöfen, im Flughafen, im Theater, hier im Kino, wir sitzen hier vor dem Zoopalast, sich vernetzen kann mit der Technik, die man im Ohr trägt und dann zum Beispiel in so einem Kino auch Filme in unterschiedlichen Sprachen gucken kann, je nachdem, welche Sprachen man bevorzugt oder im Museum den Audio-Bike empfangen kann oder an Plätzen, wo so diese stummen Bildschirme sind, sich Sound abrufen kann, um eben auch Sound von den Bildschirmen zu empfangen, Stadion und so weiter. Das kann man auf der IFA erleben, in der AuraCast Experience, das ist in der Funkturm-Lounge, gleich unter dem Funkturm. Und ja, das ist eine der Neuheiten, diese Hörgeräte, die dort auch zu sehen sein werden, die eben diesen neuen AuraCast-Standard schon jetzt haben, als weltweit erste Hörgeräte.